Der englischsprachige Begriff Surface Mount Device ist ein Fachbegriff aus der Elektronik. SMD-Bauelemente haben im Gegensatz zu Bauelementen der Durchsteckmontage, den bedrahteten Bauelementen, keine Drahtanschlüsse, sondern werden mittels lötfähiger Anschlussflächen direkt auf eine Leiterplatte gelötet. Die dazugehörige Technik ist die Oberflächenmontage. Übersicht Während die Anschlussdrähte konventioneller Bauelemente durch Bestückungslöcher geführt werden und auf der Rückseite der Leiterplatte verlötet werden müssen, entfällt dies bei SMD-Bauelementen. Dadurch werden sehr dichte Bestückungen und vor allem eine beidseitige Bestückung der Leiterplatte möglich. Die elektrischen Eigenschaften der Schaltungen werden speziell bei höheren Frequenzen positiv beeinflusst. Der Platzbedarf der Bauelemente verringert sich. Dadurch können die Geräte kleiner und zugleich wesentlich kostengünstiger hergestellt werden. SMD-Bauteile werden nach der Herstellung in Gurten, Stangenmagazinen oder auf Blister-Trays transportiert und mit Automaten auf Leiterplatten bestückt. Eine manuelle Bestückung ist für Entwicklungsmuster möglich, jedoch bei hohen Packungsdichten nur mit Kipette statt Pinzette. Die Anschlussflächen der SMD-Bauteile auf den Platinen werden vor dem Bestücken mittels Schablonendruck mit Lotpaste bedruckt. Nach dem Bestücken werden die SMD-Bauteile mit Wärme gelötet. Für die Oberseite einer Platine hat sich dafür das Reflow-Verfahren durchgesetzt. SMD-Bauteile auf der Unterseite einer Leiterplatte werden aufgeklebt und im Wellen- oder Schwalbart gelötet. Voraussetzung für eine hohe Qualität einer in der SMD-Technik hergestellten Schaltung ist eine einwandfreie Lötung der SMD-Bauteile. Die fortschreitende Miniaturisierung der SMD-Bauteile macht es schwieriger, Leiterplatten mit SMD-Bauteilen mit dem bloßen Auge oder mit Hilfe eines Mikroskops zu kontrollieren. Hierzu werden auch Bildverarbeitungsanlagen eingesetzt, die mit großer Präzision und hoher Geschwindigkeit die vorgeschriebenen wichtigen Parameter überprüfen. Ballgritte-Ray-Lötungen können jedoch naturgemäß nicht kontrolliert werden. Für Handbestücker ergibt sich durch die SMD-Technik der Nachteil, dass sich manche SMD-Bauteile nur sehr schwer ohne Maschinen oder entsprechendes Know-how verlöten lassen. Mit Pinzette, einer feinen Lötspitze und 0,5 mm Lötzin und einer Lupenbrille, eventuell einem Stereo-Mikroskop, lassen sich jedoch viele Baugrößen verarbeiten. Die Bestückung ist teilweise sogar schneller als bei Handbestückung bedrahteter Bauteile, da die Bauteilvorbereitung jener entfällt. Die Verwendung klassischer Loch-Rasterkarten und Streifen-Rasterkarten ist für Versuchsaufbauten oder Prototypen nur eingeschränkt möglich. Geeignete Laborkarten und Adapter sind jedoch im Handel erhältlich oder selbst herstellbar. Das Recycling von Bauelementen aus Altgeräten ist durch schwierige Entlötbarkeit und teilweise mehrdeutige Kennzeichnung bei SMD schwieriger. Geschichte Entwicklung der Oberflächenmontagetechnik Die Oberflächenmontagetechnik wurde in den 1960er Jahren von IBM entwickelt und fand ihre erste Anwendungen in den Computern der Saturn- und Apollo-Missionen. Begründet wurde diese Entwicklung mit den beengten Raum- und Platzverhältnissen in den Raumkapseln sowie mit der Reduzierung der Schaltungsimpedanz. Zur Erhöhung der Schaltfrequenzen In den 1970er Jahren wurde die Digitaltechnik zur treibenden Kraft für die Lösungen von Konzepten für elektronische Schaltungen und Geräte wie zum Beispiel für völlig neue Geräte wie zum Beispiel Taschenrechner oder auch für konventionelle Geräte der Rundfunk- und Fernsehtechnik. 1976 wurde beispielsweise der erste Homecomputer Apple I präsentiert und einige Jahre später, 1983, wurde das erste digitale OneGP-C für Rukaveradios von Philips entwickelt. Parallel dazu begann die Industrie ab Mitte der 1970er Jahre die Bauelemente mit genormten Rastermaßen für Leiterplattenmontage anzubieten. Da der Leiterplattenentwurf mittels Computer-Aided Designs mit genormten, vorgegebenen Maßen für die Bauelemente großen Vorteil bot. Gleichzeitig wurden die ersten Bestückungsautomaten zur automatischen Bestückung bedrahteter Bauelemente entwickelt. Anfang der 1980er Jahre standen im Grundigwerk 16 Nürnberg-Langwasser-Bestückungsautomaten, die für 500.000 Farbfernsehgeräte ausgelegt waren, in diesen Jahren wurden die ICs immer komplexer. Die Anzahl der Schaltungsfunktionen, die auf einem Halbleiterkristall integriert wurden, stieg von Jahr zu Jahr an mit der ansteigenden Integration, stiegen die Betriebsfrequenzen der Schaltungen an und es galt, mit kürzeren Leitungsführungen die Leitungsimpedanz zu verringern. Die von IBM entwickelte Oberflächenmontagetechnik bot hier die Möglichkeit, durch Fortfall der Bohrungen die Leitungsführungen zu verkürzen. Allerdings waren die Investitionskosten für diese neue Montagetechnik sehr hoch. Es mussten für alle Fertigungsschritte neue Automaten entwickelt werden. Die erforderlichen hohen Investitionskosten konnten nur von Geräteherstellern mit großen Stückzahlen aufgebracht werden und die waren überwiegend in Japan und in den USA ansässig. 1979 wurde deshalb in Japan die erste SMD-Fertigungslinie installiert und zwei Jahre späten in den USA, in Europa und in Deutschland war Philips mit seiner Bauelementetochter Valvo ab 1984 Vorreiter für die SMD-Technik mit ihren Bauelementen, einschließlich der erforderlichen Bestückungsanlagen. Die Bestückungszeit dieser neuen SMD-Vollautomaten war deutlich höher als die der Automaten für bedrahtete Bauelemente. Es konnten mit diesen Automaten Bestückungsgeschwindigkeiten von 7.000 bis zu 540.000 SMDS erreicht werden. Die Entwicklung der Automaten für die Oberflächenmontagetechnik Ende der 1970er Jahre war von den Herstellern von Anfang an in ein Gesamtkonzept mit hohen Qualitätsanforderungen eingebunden. Es umfasste die Standardisierung der Bauelemente über ihre gegurtete Anlieferweise bis hin zu ihren genormten Landeflächen und der Reflow-Lötfähigkeit bzw. der Fähigkeit der Wellenlötbarkeit, die Bestückungsautomaten mit hohen Anforderungen an die Reinheit und hohe Genauigkeit beim Kleben, hohe Präzision der Passgenauigkeit beim Bestücken sowie die präzise Temperatursteuerung bei der Lötung. Entscheidend für den Erfolg dieser Technik war, dass die Oberflächenmontagetechnik als ganzheitliches Konzept betrachtet und realisiert wurde. Mit dieser Technik konnte die Leitung Simple Dance und das Bauvolumen für die Gesamtschaltung deutlich reduziert werden. Die Herstellkosten sanken, da die Kosten für die Bohrungen in den Leiterplatten und die zusätzliche Anschlüsse an den Bauelementen entfielen und die Qualität der Schaltungen stieg mit der größeren Sauberkeit bei der Herstellung an. Ab Mitte 1980 wurden bereits SMD-Schaltungen in vielen Bereichen der Industrie im großen Stil verwendet. Wobei die Schaltung häufig als Mixed Print ausgelegt war, die H, die größeren Bauelemente weiterhin betrachtet eingesetzt wurden. Entwicklung der SMD-Bauelemente Die anfänglich für die Raumfahrt benötigten Bauelemente kamen aus den USA von den seinerzeit führenden Herstellern wie IBM, Texas Instruments, Fairchild, Spagel unter anderem. Es waren die damals verfügbaren Bauelemente wie Transistoren und Dioden, ICs, Kondensatoren und Widerstände, deren Anschlüsse für den Einsatz in der Oberflächenmontagetechnik modifiziert waren oder durch lötbare Metallkappen ersetzt waren. Die treibende Kraft waren die neuen integrierten Schaltungen, die die gewünschte Volumenverkleinerung der Geräte brachten. Bei Texas Instruments wurde 1958 von Jack S. Kilby der erste integrierte Schaltkreis entwickelt. Bei Fairchild war es 1961 Robert Neuzee, der spätere Mitbegründer von Intel. 1965 wurde dort das Dual-Inline-Gehäuse entwickelt, mit dem 1966 die erste TTL-Logik-Schaltung versehen wurde. Die Kondensatoren kamen unter anderem von Sprag, wo schon elf Jahre vorher die Tantal-Elektrolyt-Kondensatoren mit Fest-Telektrolyten zur Serienreife gebracht wurden. Punkt. Außerdem wurden zur Entkopplung Glimmer-Kondensatoren eingesetzt. Im Laufe der weiteren Jahre nahmen die entsprechenden Entwicklungen im Bereich der diskreten Halbleiter-Bauelemente stark zu. Allerdings war es recht einfach, aus dem jeweiligen bedrahteten Gehäuse ein SMD-Gehäuse zu machen. Siehe auch Chip-Gehäuse und Liste von Halbleiter-Gehäusen, Raute-Gehäuse für Oberflächenmontage, eine Sonderstellung nahmen bei dieser Entwicklung die hochintegrierten ICS. Insbesondere die Prozessoren ein. Durch die steigenden Bits bekamen diese ICS immer mehr Anschlüsse. Hatte der Intel 4004 4-Bits-Prozessor 1971 noch 16 Anschlüsse, so hatte 1978 der erste 16-Bits-Mikro-Prozessor Intel 8086 bereits 40 Anschlüsse. Jetzt genügte nicht mehr eine einfache Modifikation der Anschlüsse, jetzt musste auch die Geometrie der Halbleiter-Gehäuse angepasst werden. Aber auch hier waren die Gehäuse der bedrahteten ICS und der SMD-ICS und Balgritte-Ray ähnlich. Nur die Kontaktierungsform der Anschlüsse variierte. Wegen der steigenden Betriebsfrequenzen der Mikro-Prozessoren stiegen ab den 1970er Jahren aber die Anforderungen an die peripheren Kondensatoren an. Ihre Impedanz-Eigenschaften mussten verbessert werden. Aus der Idee, keramischen Scheibenkondensatoren übereinander zu stapeln, entstanden die keramischen Vielschichtkondensatoren. 1961 für das Apollo-Programm wurde diese Idee erstmals von einem amerikanischen Unternehmen verwirklicht. Aber erst ab Anfang 1970 begann die eigentliche Entwicklung der Keramikkondensatoren, die später als Keramik-Vielschichtkondensatoren fester Bestandteil fast aller SMD-Schaltungen wurden. Zu einem Abschluss ist diese Entwicklung bis heute noch nicht gekommen. 2006 veröffentlichte Intel die Wünsche hinsichtlich der Impedanz von Entkopplungskondensatoren mit einer Kurve, die bis in die Größenordnung von 1 Millium reicht. Mit Beginn der industriellen Fertigung von Geräten in der Oberflächenmontagetechnik in den 1980er Jahren nahm der Druck zur Verkleinerung auch der übrigen Kondensatoren deutlich zu. Die Hersteller von Ta- und All-Elektrolytkondensatoren, aber auch von Folienkondensatoren konnten in den Jahren danach auch tatsächlich große Fortschritte erzielen. Das CV-Produkt dieser Kondensatoren nahm bei gleichem Volumen etwa um den Faktor 10 zu, siehe Kondensator-Hashtick-Weiterentwicklung. Während die Tanteikondensatoren von Anfang an auch in SMD-Bauformen angeboten wurden, wurden die ersten nassen All-Elkos erst Ende der 1980er Jahre SMD-fähig. Die Problematik war, dass der flüssige Elektrolyt einen Siedepunkt hat, der unter der Temperaturspitze der Reflow-Lütung liegt. Erst durch Verstärkung der Materialien konnte der interne Gasdruck aufgefangen werden, der sich dann nach geraumer Zeit wieder zum Elektrolyten zurückbildet. Auch Folienkondensatoren sind seit vielen Jahren in SMD-fähigen Bauformen erhältlich. Im Bereich der Widerstände wurden zunächst die herkömmlichen runden Bauformen mit Lötfähigen Kappen versehen und als Melf-Bauformen, in der auch die Dioden angeboten wurden, entwickelt. Später wurden dann für die in den Schaltungen erforderlichen Ableitwiderstände Dickschichtwiderstände auf Keramics-Abstrat entwickelt. Auch elektromechanische Bauelemente wie beispielsweise Steckverbinder sind in oberflächenmontierbaren Bauformen entwickelt worden, so dass heutzutage fast alle der in der Liste elektrischer Bauelemente genannten Teile in den jeweiligen SMD-Versionen zur Verfügung stehen. Vor- und Nachteile bei der Verwendung von SMD-S SMD-Bauelemente haben in vielen Anwendungsfällen Bauelemente mit durchkontaktierten Anschlussdräten abgelöst. Sie besitzen gegenüber jenen unter anderem folgende Vor- und Nachteile. Vorteile Miniaturisierung Deutliche Verkleinerung von Schaltungen und Geräten durch kleinere Bauteilabmessungen Engeren Leiterbahnabstand und dünnere Leiterbahnen auf der SMD-Platine Hervorragende Eignung für flexible Leiterplatten, etwa in Fotoapparaten oder auf LED-Lichtbändern Kostenreduzierung Bohrungen in der Leiterplatte entfallen Die Leiterplatte wird kostengünstiger, insbesondere wenn durch die SMD-Technik auf einlagige Leiterplatten ohne Bohrungen zurückgegriffen werden kann. Gewichtsreduzierung durch Wegfall von Anschlussdräten und Verwendung kleinerer Bauelemente Verbesserung von Hochfrequenzeigenschaften durch geringeren Bauteilabstand zueinander und Verkürzung von Leiterbahnen Bauelemente können auf beiden Seiten der Leiterkarte auch direkt übereinander bestückt werden Schnellere Gerätefertigung durch schnelle Automatenbestückung Dadurch ergeben sich geringere Fertigungskosten Steigerung der Fertigungsqualität bei automatischer Bestückung Steigerung der Fertigungsqualität durch Wegfall von Verschmutzungsquellen Steigerung der Fertigungsqualität durch automatische optische Inspektion aller kritischen Optisch prüfbaren Faktoren bei den meisten SMD-Bauformen möglich Kleine Positionierungsfehler bei der Bestückung werden beim Löten automatisch durch die Oberflächenspannung des flüssigen Lots korrigiert Platinen mit glatter Rückseite herstellbar BSPW für Fernbedienungen und Tastaturen oder Hobbymäßig als Gehäuseteil Punkt Nachteile Bei Bauelementen mit Anschlüssen an der Unterseite können die Lötstellen nur noch mittels Röntgen überprüft werden Durch das Reflow-Löten werden die SMD-Bauteile kurz einer hohen Temperatur ausgesetzt Bei Bauelementen, die Flüssigkeiten enthalten, wie beispielsweise Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren Superkondensatoren oder Akkumulatoren sind Änderungen der Kennwerte und Wartezeiten zum Rückbilden des Elektrolyten einzuplanen Geringere mechanische Festigkeit bei großen, schweren Bauelementen erfordert zusätzliche Fixierungen SMD-Anschlussformen Passive Bauelemente wie Widerstände, Kondensatoren Quarze oder induktive Bauelemente wie Drosseln werden überwiegend in quaderförmigen Bauformen hergestellt Zwei oder mehr Seitenflächen dieser Bauform sind zur elektrischen Kontaktierung lötfähig ausgebildet Eine einwandfreie Lötung dieser Chips kann an einem gut ausgebildeten Lötmeniskus erkannt werden Transistoren und auch integrierte Schaltungen entstanden zu Beginn der SMD-Technik aus dem Dual-Inline-Gehäuse Einem Gehäuse, bei dem an den beiden Seitenflächen die Lötanschlüsse des Bauelementes herausgeführt sind Die senkrechten Lötanschlüsse dieses Gehäuses wurden dann für die SMD-Lötung einfach entweder seitlich nach außen oder nach innen abgebogen Mit fortschreitender Integrationsdichte insbesondere bei den Prozessoren mit ihren vielen Anschlüssen wurden weitere Wege in der Anschlusstechnik gesucht Dies führte zur Entwicklung der Gritte-Rayer-Anschlusstechnik Hier befinden sich die Lötanschlüsse als kleine metallisierte Anschlussflächen unter dem Gehäuse der Schaltung Beim gebräuchlichen Ball Gritte-Rayer sind bereits Lotperlen auf den Kontaktflächen vorhanden Die während des Lötprozesses nur noch aufgeschmolzen werden Beim Land Gritte-Rayer muss dagegen Lot auf der zu bestückenden Platine aufgebracht sein Weswegen LGA-Bauteile selten zum Verlöten verwendet werden Sie können jedoch auch im Gegensatz zu BGAS auf einem dazu passenden Pin-Array betrieben werden Bei entsprechend gestalteter Arretierung können LGA-Komponenten dann einfach ausgewechselt werden Was zum Beispiel bei Mikroprozessoren ausgenutzt wird SMD-Anschlussformen Punkt Punkt SMD-Bauformen SMD-Gehäuse Für die Bauformen von SMD-Bau-Elementen gibt es in der Industrie zwei unterschiedliche Oberbegriffe Bei den passiven Bau-Elementen ist der Begriff Bauform für die unterschiedlichen Bauweisen gebräuchlich Die jeweilige Bauform kann sich dann auch noch in unterschiedlichen Abmessungen und der Art der Anschlussform unterscheiden Im Bereich der Halbleiter-Technik Der aktiven Bauelemente werden hingegen die unterschiedlichen Bauformen durch den Oberbegriff Gehäuse zusammengefasst Die aktive Zelle, das sie, das in einem Gehäuse eingebaut wird, ist die Begründung für die abweichende Bezeichnung Jedes Transistor- oder IC-Gehäuse hat einen eigenen Namen, der sich aus den ersten Buchstaben der englischen Beschreibung ergibt Abweichung innerhalb gleicher Gehäusebezeichnungen, die sich durch die Anzahl und der Anordnung der Anschlüsse und der Form der Anschlüsse ergeben Werden durch an den Namen angehängte Zahlen gekennzeichnet SMD-Bauformen passiver Bauelemente, Dioden und Transistoren Passive Bauelemente und gegebenenfalls auch Dioden und Transistoren werden in folgenden Bauformen hergestellt, geliefert und verarbeitet SMD-Bauformen Punkt, 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 Punkt Chip Eine quaderförmige Bauform ist die typische Bauform für MLCC und Tantei-Kondensatoren, Induktivitäten sowie nicht-lineare und lineare Widerstände Der Begriff Chip kann leicht mit dem gleichlautenden Begriff aus der Halbleitertechnik, dem Chip eines Halbleiterbauelementes verwechselt werden Quaderförmigen Sonderbauformen für zum Beispiel Quarze oder Oszillatoren können am Gehäuse auch noch zusätzliche Lötflächen Entweder für Verpolungsschutz oder zur besseren und vibrationsfesteren mechanischen Befestigung enthalten Die Chip-Bauform passiver Bauelemente unterscheidet sich im Wesentlichen durch die Baugröße, die mit einem Code wie 1206 angegeben wird Dabei steht 12 für die Länge und 06 für die Breite des Bauteils in der Einheit Zoll 100 Die Abmessungen sind dabei metrisch standardisiert worden Bei der Umrechnung in den Zollcode werden jedoch nur zwei Stellen benutzt, was zu entsprechenden Rundungsfehlern führt So beträgt die Länge eines mit dem Code 1206 bezeichneten Bauteils 3,2 mm oder 0,12598 Zoll Aber nur die 12 wird zur Bezeichnung benutzt Rechnet man diese zurück, käme man nur auf 3,048 mm Mittlerweile setzt sich jedoch immer mehr eine metrische Kodierung der Baugröße durch Erweiterte Tabellen der verfügbaren Chip-Baugrößen und deren Abmessungen finden sich auch bei den Fachartikeln der Bauelemente Keramikkondensatoren Tantal-Elektrolytkondensatoren und Widerstände V-Chip ist eine zylindrische Bauform mit Unterlegplättchen stehend montiert Insbesondere Aluminium-Elektrolytkondensatoren werden in dieser Bauform geliefert und verarbeitet Die Baugrößen dieser Bauform sind nicht genormt V-Chip-Aluminium-Elektrolytkondensatoren können recht große Abmessungen erreichen Es sind die Exoten unter den SMD-Bauelementen MELF ist die Bezeichnung für eine zylindrische Bauform passiver Bauelemente, die liegend montiert werden Sie ist die typische Bauform für Metallschichtwiderstände und nicht-lineare Widerstände SOD wird das zylindrische Gehäuse für das Halbleiter-Bauelement-Diode Das wie die MELF-Bauform ebenfalls liegend montiert wird, genannt Auch das SOD-Gehäuse wird in unterschiedlichen Baugrößen geliefert Punkt Darüber hinaus besitzen zahlreiche passive Bauelemente wie beispielsweise Potentiometer, Trimmer, Transformatoren, Übertrager, Quatze, Oszillatoren Spezielle SMD-Bauformen, die sich aus der Geometrie und den Anschlüssen der Bauelemente herleiten Eine spezielle Herausforderung sind auch die elektromechanischen Bauteile wie Taster, Sockel, Stecker und Buchsen Deren Bauformen nicht in übliche Schemata passen SMD-Chip-Gehäuse für Halbleiter Lötanschlüsse an zwei Seiten des Gehäuses SMD-Transistorgehäuse mit Lötanschlüssen an zwei Seiten des Gehäuses werden mit den folgenden Gehäusenamen gekennzeichnet SOT Bauform mit drei oder vier Anschlüssen für Transistoren Der vierte Anschluss ist oft als Wärmeableitelement ausgeführt Anschlussabstand typisch 1 27 mm IC-Gehäuse mit Lötanschlüssen an zwei Seiten des Gehäuses werden mit den folgenden Gehäusenamen gekennzeichnet SOIC IC-SMD-Gehäuse mit dem gleichen Reihenabstand wie die Durchsteck-Version Der Anschlussabstand ist typisch 1,27 mm SOP Kleinere Version des SOIC-Gehäuses bildet die Grundlage für eine ganze Reihe von Abwandlungen, die zum Teil herstellerspezifisch sind Beispielsweise PSOP-TSOP-Anschlüsse auf der Schmalseite des Gehäuses SOP-TS-SOP-Q-SOP-V-SOP Lötanschlüsse an vier Seiten des Gehäuses IC-Gehäuse mit Lötanschlüssen an den vier Seiten des Gehäuses werden mit den folgenden Gehäusenamen Gekennzeichnet PLCC-IC-SMD-Gehäuse mit 20 bis 84 J-Lit-Anschlüssen Gehäuse mit Anschlussabstand von typisch 1,27 mm QFP-IC-SMD-Gehäuse mit 32 bis 200 Anschlüssen Bildet die Grundlage für eine ganze Reihe von Abwandlungen, die zum Teil herstellerspezifisch sind Beispielsweise LQFP-IC-SMD-Gehäuse mit 1,4 mm Bauhöhe PQFP-IC-SMD-Gehäuse, das im Allgemeinen durch das dünnere TQFP-Gehäuse ersetzt wurde CQFP-IC-SMD-Gehäuse vergleichbar mit dem PQFP-Gehäuse jedoch mit Keramikumhüllung MQFP-IC-SMD-Gehäuse vergleichbar mit dem QFP-Gehäuse jedoch mit metrischem Abstand der Anschlüsse voneinander TQFP, eine dünnere IC-SMD-Gehäuse-Version des PQFP-Gehäuses mit einer Bauhöhe von entweder 1,0 mm oder 1,4 mm Punkt, Lötanschlussflächen unter dem Gehäuse, Lit-Frame und Gritterace-SMD-Anschlussformen Punkt, Punkt, Quad-Flat-No-Lits-Package, Micro-Lit-Frame-Package, auch Micro-Lit-Frame-MLF Die Bezeichnungen umfassen eine ganze Familie von IC-Gehäuse Deren elektrische Anschlüsse rahmenartig um die Seitenflächen des Gehäuses angeordnet sind und sich als metallisierte Kontaktflächen unter dem Gehäuse befinden Diese Gehäuse haben manchmal eine weitere metallisierte Kontaktfläche unter dem Gehäuse, die mit dem die verbunden ist Um eine bessere Wärmeableitung zu ermöglichen Eine Variante MLPD ist PIN-kompatibel mit dem DILSOIC-Gehäuse, mit MLPD und MLPQ werden die Anschlusskonfigurationen unterschieden MLPM steht für eine miniaturisierte Version des Gehäuses Das QFNI-CSMD-Gehäuse ist ein spezielles MLPQ-Gehäuse, dessen Anschlussbelegung und Anschlussabstände dem bedrahteten QFP-Gehäuse entsprechen Deren metallisierte Anschlussflächen jedoch als Kontaktflächen unter dem Gehäuse angebracht sind Punkt, hochintegrierte Halbleiterbauelemente wie Mikroprozessoren haben so viele elektrische Anschlüsse Dass sie nicht mehr um den Umfang des Gehäuses herum unterzubringen sind Deshalb werden diese Anschlüsse in Form von metallisierten Anschlussflächen schachbrett- oder gitterartig unter dem Gehäuse angebracht Diese Halbleitergehäuse mit Lötanschlussflächen schachbrettartig unter dem Gehäuse werden mit den folgenden Gehäusenamen gekennzeichnet LGA Ein LGA ist eine schachbrett- oder gitterartige Anordnung von elektrischen Anschlussflächen auf der Unterseite eines Gehäuses für ICS mit sehr vielen Anschlüssen wie zum Beispiel Mikroprozessoren Beim Löten dieser vielen Kontakte unter dem LGA-Gehäuse können allerdings vereinzelt Lötfehler auftreten, die nur recht schwierig zu erkennen sind Da eine Reparatur kostenaufwendig und fehlerbehaftet ist, werden LGA-1Cs häufig auf Sockel gesetzt Diese Sockel mit der gleichen PIN-Belegung wie das IC werden im SMD-Prozess auf die Platine gelötet und können recht einfach auf Kontaktsicherheit getestet werden Der Prozessor wird für den elektrischen Anschluss dann mit Hilfe einer Klammer mit seinen Anschlussflächen auf die oben liegenden Kontakte des Sockels gedrückt Der Sockel hat federnde Kontaktstifte, sodass ein sicherer elektrischer Kontakt hergestellt werden kann BGA Ein BGA ist wie das LGA-Gehäuse eine Gehäuseform von integrierten Schaltungen, bei der die elektrischen Anschlüsse, Schachbrett- oder gitterartige Anordnung der Unterseite angebracht sind Die Anschlüsse sind jedoch in Form kleiner Lotperlen ausgeführt Diese Perlen werden beim Reflow-Löten in einem Lötofen aufgeschmolzen und verbinden sich mit dem Kupfer der Leiterplatte Aber sie werden weiterge types Weizen 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 Vielen Dank.